So, spielen wir eine Runde in Main Sweeper. Ich mach's leichter in der Runde. Mal bei YouTube eingeben, Alter. Alter, Jay, ich hab mir grad ein T-Shirt angezogen. Wie geil Andy ist, Alter. Halt die Klappe, Andy. Ich hab mir grad ein T-Shirt angezogen. Natürlich. Und das ist durchsichtig, das T-Shirt, Jay. Das heißt, ich lauf grad wie so ein Typ ohne Bauch rum. Ich hab Arme, Hals, Kopf. Oh, Junge, das kenn ich. Wenn du auch... Es gibt so Handschuhe, die unsichtbar sind. Der singt für mich. Schau ich für... Ich will, dass jemand für mich singt. Für dich singt keiner. Schau ich jetzt für die anderen Spieler auch so aus? Ja. Oh, das lass ich an, Alter. Du hast ein Problem, Kegse. Echt? Was? Nee, Schatz. Ich zieh mir ein normales T-Shirt an. Na, was? Jetzt hab ich das andere T-Shirt angezogen, ist immer noch. Was? Verschwörung der Illuminaten? Oder noch mal ein Zufall? Mein T-Shirt liegt unter mir und ich steig die ganze Zeit auf das drauf, statt es abzuziehen. Die Leon-Mystery. Jay. Was? Ich hab grad mein anderes T-Shirt angezogen. Ich bin aber immer noch durchsichtig und mein T-Shirt liegt unter mir und ich steig die ganze Zeit drauf. Das fährt so mit mir mit grad. Cool. Okay. Ja, das ist die Alpha von DC. Heilige Scheiße, Alter. Jay, du brauchst deine Mutter nicht umbringen. Jetzt liegt mein Backpack unter mir und ich renne auf dem Backpack rum. Schaut doch irgendwie cool aus. Glaubst du mir, dass ich keinen Spieler sehe? Glaubst du mir, dass dieses Spiel verpackt ist? Hey, keep here. No love tonight. Ach, was für ne schöne Aussicht. In der Duel mit Kicks, weißt du, und dann spielt er immer die... Hey, Bitch! Get out the way! Get out the way! Get out the way, Bitch! Get out the way! Get out the way! Hey, ich hab... Da geht's! Was sagst du denn dazu? Auf! Bitch! Das ist so... Jetzt hab ich noch einen Backpack unter... WTF? Oh mein Gott, hier wurde gerade geschossen! Kennt ihr den Löffelmörder, der immer seine Opfer zu Tode gelöffelt hat? Also der hat ihn mit dem Löffel geschlagen. Mit dir, mit dir stimmt. Mit einem Löffel. Mit dir, ja. Ich wollte, dass das geheim bleibt, Jay. Er ist der Löffelmörder. Ich hab jetzt gerade einen... Ich hab gerade jemanden getötet, und der ist einfach von mir geschlagen und hat sich schlagen lassen. Da war das sadistische Anlag. Schlag mich! Schlag mich! Ah, Jay, Jay, ich bin da in der Stadt mit dem... Mit der Stadt mit den Häusern, da äh... Komm, alter Kicks! Bitte! Da fuh i, wie immer noch deinen Geck. Ich bin da in der Stadt mit den Häusern. Ich bin da in der Stadt mit dem Häusern. Vielen Dank.